So, und da ich mich bei der letzten Folge verabschieden konnte, mache ich dieses Mal ein Hallo zurück bei Wolfenstein, the old blood. Ja, wir dürfen da oben rein, wo nicht berühren steht. Natürlich machen wir was, wir berühren uns mit unserem dicken großen Rohr und gehen oben rein. Oh, guck mal, hier hat lange keiner Staub gewischt. So, dann schauen wir mal. Ähm, ja, das war ein langer Gang. Wir machen mal leise diese Kiste auf. Ganz, ganz leise, ganz, ganz leise. Ja, ich glaube, das hat keiner gehört. Ähm. Ähm. Meine Güte, was für ein verdammter Riesenhund. Was denn? Wo denn? Ich habe nichts gesehen. Ich habe es nur gehört. Ich habe es nicht gesehen. Ich möchte es auch gar nicht sehen. Oh ja, ich habe hier ein bisschen Bammel gerade. Okay, wir müssen da rüber. Wow, 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 scheiß die Wand an, scheiß die Wand an, scheiß die Wand an. Ich muss da raus, ich muss da raus, ich muss da raus. Gebt das hoch, gebt das hoch, gebt das hoch, gebt das hoch. Gebt das hoch, gebt das hoch, gebt das hoch. Oh, mhm. Ähm. Ja, das war geplant. Ich wollte euch mal zeigen, wie es nicht geht. Wo ist denn dieser fucking Hund? Ist der da oben? Nee, der ist da hinten. Ach du Scheiße, wie kommen wir dann denn durch? Ähm. Meine Güte, was scheint verdammt der Riesenhund. Ich versuche da mal hin zu schleichen. Ich hoffe, ich schaffe das so. Ich lasse das Material jetzt hier liegen. Äh, kletter da durch. Gott sei Dank. Alter Schwede. Aber den Hund haben wir bestimmt nicht zum letzten Mal gesehen. Wetten, dass der das gesehen hat oder gehört hat und jetzt da unten wartet auf uns. Das hört sich doch so an, als wenn er da Patrouille läuft und zwar rechts, links, rechts, links. Ja, genau. Oh, ich wusste es, ey. Was müssen wir denn jetzt machen? Wo müssen wir denn hin? Auf die andere Seite. Ja, super. Okay. Baldi, halt die Fresse. Lauf, 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 lauf. Falsche Richtung. Scheiße, 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 falsche Richtung. Ja, ich hab's gesehen. Baldi, geh woanders. Scheiße. Schnell hoch da. Puh. Meine, meine, meine Güte. Karte aktualisiert. Da lang. Na, super. Schalte Kommandanten aus, bevor sie Verstärkung rufen können. Ja, wo denn? Sammelbares Gold. Medischock. Hier liegt doch genug Anabolika rum, um Jan-Ulrich wieder zu aktivieren. Ach, da sind wir rüber. Ah, jetzt verstehe ich. Hier lang. Okay. Okay. Das wäre doch jetzt so einfach mit einer Waffe. Das Spiel wäre vorbei. Zack, drauf, fertig. Feierabend. Okay. Er ist mit seinem Speedboot da abgehauen. Signal entdeckt. 18 Meter. Und zwar in die Richtung und 35 Meter in die Richtung. Okay. Gehen wir mal runter. Kann ich hier irgendwie... ...da nicht? Okay, ich kann's versuchen. Oh, scheiße. Fuck, 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 der sieht uns. Ich wusste nicht, dass da noch einer Patrouille läuft. So eine Kacke. Jetzt lauf schon weg, du Arsch. Keiner sieht mich hier. Keiner. Scheiße. Alter Vater. Scheiße. Alter Vater. Oh, fuck, 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 fuck. Ich bin so blöd. Ja, wirf doch. Ich hab auch gerade eine geworfen. Kann man da nicht hoch? Doch, können wir. Ich bin so blöd. Ich hab' mit dem, da ist keine Kacke. Ich hab' mit dem... 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 Was? Wieso Entdeckung? Wo denn? Komm doch her hier. Oh Mann. Dich habe ich nicht gesehen. Hör auf damit. Immer diese Spielchen. Was? Wo? 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 Oh, du Wichser. Verdammte Hacke. Okay, wo ist noch einer? Kommen die jetzt eigentlich unendlich oder? Oh Mann. Scheiße, das war knapp. Das ist immer noch knapp. Fällt mir gerade nochmal so auf. Ich sage ja, ich habe schon Ewigkeiten keine Shooter mehr gespielt und bin jetzt gerade auch so ein bisschen eingerostet. Weil auch hier habe ich schon seit einiger Zeit nicht mehr aufgenommen. Schnell die Sachen nehmen. So, gucken wir mal. Ob wir hier irgendwo... Den Typen finden, der hier noch Alarm schlägt. 38 Meter. Hier kamen wir übrigens auch her. Ich hole mal schnell die Karte. So. Da schoss gerade einer. Da ist keiner. Da unten. Hab sie gesehen, hab sie gesehen. Keine Sorge, alles gut. Scheiße. Hat es gerade ganz kurz geleckt. Das war nicht so schön. So. Mann, die kommen aber auch immer mehr. Ich glaube, diese Seite haben wir ein bisschen aufgeräumt. Müssen wir mal weiter. Oh, kacke. Können wir überhaupt schwimmen? Das sieht so aus. Scheiße. Verdammte Hacke. Wo müssen wir denn lang? Ich wollte da rüberspringen. Mann, nun wechsel die scheiß Waffe. Fuck. Ah, verdammte Scheiße. Ja, und da unten wäre der Typ schon gelaufen. So, das heißt, hier hätten wir den auch ausschalten können, ohne dass ihn wahrscheinlich irgendjemand sieht. Schätze ich jetzt einfach mal so. Ob es so ist, weiß ich nicht. Aber eben ist der doch noch nicht gelaufen. Ich hab doch extra runter geguckt. Das gibt's doch gar nicht. Wenn wir hierbleiben, sieht der uns, der Typ? Komm schon, komm schon, komm schon. So, jetzt hier durch. Ich hab's hier aufmachen. Ich hab's hier aufmachen. schauen wir mal wie es hier weitergeht müsste hier doch unsichtbar sein ich höre ihn ok jetzt haben wir wieder alarm da steckte er eine waffe in dem dings in der in der kiste bin ich jetzt auf der anderen seite habe ich das richtig gesehen der ist genau ins mündungsfeuer gelaufen tust du nicht naja ich habe dich gesehen ist das ok ach die fresse nein nicht granate doch granate ja das war jetzt unfair kommt muss man auch schon die chance das hier nachzuladen ne sammeldet Nicht so ruhig! Nicht so ruhig! Nicht so ruhig! Nicht so ruhig! Ja, da ist weg! Ja! Hä? Ihr liegt doch immer da lang! Ehm, Kollege? Und ich sag noch, hier lief doch eh mal da lang! Ähm... Da ist zu! Schönes Dosen! Futter... Ablaufdatum 1942! Wir schreiben das Jahr 1946! Das hält sich ewig! Wer ist denn der Scheißer? Hm... Schleuse... Scheiß da oben! Also, wer sagt's denn? So, die Musik ist aber irgendwie noch nicht vorbei! Was hat das jetzt? Sprenggranate! Und ne Kampfpistole haben wir gekriegt! Aha! So, sammeln wir das nochmal im einen? Läuft hier noch irgendwo einer rum? So... Alles vollgemacht! So... Okay... Saft haben wir! Ah! Was machst du denn hier oben? Ihr seid da unten! Hinten bleiben! Ernsthaft! Wie soll man euch denn hier so abschießen? Das ist ja gar nicht so leicht! Weißt du? So... Nix da! Jetzt geh ich hier... Boah! Falsche Seite! Ich werd doch jetzt hier nicht sterben, nur weil ihr zu blöd seid! Das hab ich glaub ich falsch gesagt! Nur weil ich zu blöd bin! Ähm... Wohin? Ach da! Boah! Ich muss hier gleich überleben! Scheiße! Verdammte! Was kommt davon, wenn man zu doof ist? Weißt du? So... Ja danke, dass du mir das sagst! Ja boah! Werft eine Granate! Ne, lass mal! Aber danke, dass du mir den Helm aufgefangen hast! Ich hab jetzt übrigens auch rausgefunden, was Akimbo ist! Akimbo ist das Halten mit zwei Waffen! Also das Halten von zwei Waffen! So rum! So! Haben wir es jetzt hier? Nicht mehr so wie eben! So! Oh! Oh! Das war ein Hinterhalt! Das war ein ganz, ganz fieser Hinterhalt! Das war ein ganz, ganz fieser Hinterhalt! Mit so? Das war ein Mensch! Wir müssen uns abgenutieren! Aber das war ein hast. Sorry, wenn ich jetzt mal nicht rede. Ich will jetzt nicht schon wieder sterben. Ich will das hier mal eben hinter mich bringen. Meine Fresse nochmal. Das kann doch nicht angehen, dass die hier einfach überall so um sich schießen und mich dann kaputt machen. Das ist doch wohl eine Schweinerei. So. Haben wir jetzt alle? Oh Mann! So, damit du mal Bescheid weißt hier, ne? So, ich kann das nämlich doch, so.